Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir bleiben im Kapitel Konjugation. Wir konjugieren jetzt Hilfsverben und zwar das Hilfsverb haben. Ich konjugiere das Hilfsverb haben, ich habe, du hast, er, sie, es hat und nun der Plural, wir haben, ihr habt, sie haben und die Höflichkeitsform wieder, sie haben. Rima, jetzt sind sie an der Reihe. So Rima, konjugieren Sie jetzt bitte das Hilfsverb haben. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben und sie haben. Sehr gut, Rima, jetzt eine Frage, haben Sie beim Deutschunterricht Spaß? Ja, ich habe. Spaß? Ich habe Spaß. Schön, das freut mich.